Easy, Alter. Oh, was ist passiert? Peace, Leute! Basketball! Ich bin Marvin. Ich bin Kevin. Und... Heute spielen wir den Feuerwehr-Simulator. Yes! Wir sind die Feuerwehr 2014. Genau. Und ja, mal schauen, was so abgeht. Ja. Wir haben es noch gar nicht gespielt oder gar nicht so viele Videos drüber gesehen. Ja, eben frisch runtergeladen, das Ganze. Genau. Und ich würde sagen, einfach mal ein neues Spiel. Eingestellt haben wir schon alles, ne? Warum steht das Spiel schon laden, obwohl wir nicht so mal ein Spiel haben. Aber vielleicht aus Prinzip geht das ja ein neues Spiel. Und es geht los. Okay, reicht jetzt Andre Burgers? Ist das ein deutsches Game? Ich glaube schon, Andre. Alexander Schuhmacher. Der Spielchen wurde gespeichert, obwohl wir nicht so was gemacht haben. Okay. Willkommen zu der Feuerwehr, die Simulation. Sollte du das Spiel zum ersten Mal spielen, empfehlen wir dir zunächst das Detail zu absolvieren, damit du dich schneller auf der Feuerwache zurecht findest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Spielen. Guten Morgen zusammen. Morgen. Wenn ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Dir fährt ich heute das HL-Operian 6 zu. Noch eine Frau. Noch eine Frau. Okay. Okay. Das bedeutet für dich, dass du dich nicht zu weit von der Wache entfernen darfst. Oh ja. Warte. So. Das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Bisschen heller stehen. Und die Maus ist voll empfindlich. So. Weiter geht's. Okay. Oh. Kein Problem. Kein Problem. Okay. Ey Mann. Er ist noch eine Frau. Ne ist auch ein Typ. Wie können wir rennen? Irgendwie voll die Depri-Störung bei dir. Ja Mann. Was ist los? Wenn ich so einen Arbeitsplatz hätte, ich wäre so abdepri... Gar nicht motiviert, Alter. Ekelhaft du hast. Wir können sogar springen. Hä? Der geht. Okay. Gehen wir mit den Leuten mit hier. Der geht erst mal eine Ecke ein. Ja Mann. Aber jetzt können wir uns ein Getränk holen. Kurz zu erfrischern. Nice. Hallo. Ich will das auch trinken. Oh ne geht nicht. Wow. Ne der holt sich auch was. Ey da ist was gekommen. Locker dein Getränk jetzt. Da ist da was gekommen oder nicht? Hallo. Ja toll ich steck mal Geld rein. Schade dass wir das nicht so realistisch machen, dass man sich auch was holt. Ja. Oh. Okay wir müssen waschen. Alles sehr gleich? Ja bei dir. Ja. So können wir hoch. Was sollen wir machen? Hat der was gesagt? Ja die Arbeit meint der noch. Ja frag mal die Arbeit. Ich folge ihn noch. Was ist das noch auf? Ne nicht so. Guck mal wie aggressiv. Guck mal das. Boah. Arbeitskollegen. Ich glaube wir sehen wenn wir nicht klarkommen. Ja Mann. Okay. Müssen wir jetzt hoch? Gibt es ja diese Rutschen. Es gibt doch diese Rutschen. Ja genau. Zur Übung oder so. Alter ich habe gar keinen geplant. Boah die laufen gegeneinander. Ja. Ja. Wann hat er das nicht gemacht? Boah. Vielleicht müssen wir auf den Notruf warten. Oder? Erstmal sein Croissant auf. Geht nicht. Weil der Kaffee war ja noch ganz gechillt. Aber Arbeitsplatz. Die Überwachungscams. Vielleicht warten wir auch auf den Notruf. Kann auch sein. Ja schau mich auf jeden Fall mal hier um. Es gibt doch immer diese Notrutschen. Ja. So runter weißt du? Wie Mensch. Wenn wir jetzt den Einsatz haben dann müssen wir da alle runterrutschen. Ja. Vielleicht können wir da so runterrutschen. Alles weg. Alles weg. Oh oh oh. Florian Heils. Ah da hast du keine gute Langemacht. Du musst runter. Ja. Ach. Oder hoch? Ich weiß nicht. Ne ich leuchte dich nicht. Guck mal der chillt da. Den juckt das gar nicht. Und da längste Karte ne? Ja. Komm ich folge dem. Was steht da eh. So. So. Wohin wohin wohin. Sollen wir da jetzt zu Fuß hinrennen? Haben wir keinen Einsatzwagen oder was? Wohin wohin wohin. Das ist super wo die anderen Kollegen hin gehen. Wo gehen die hin? Oh 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 oh. Wo gehen die hin? Wie ist ein Wagen? Steig rein? Ich will mit da rein. F oder K? F ist Taschenhauten. Kann man da jetzt rein? Hey. Fällt mal im Fall? Irgendwie da rein? Muss ich jetzt zu Fuß da hinlaufen oder was? Oh. Jo. Ich wollte eigentlich da rein. Aber du sollst woanders hinlaufen glaube ich. Scheiße. Ich bin jetzt zu Fuß da hinten oder? Da sind so viele Wagen. Vielleicht kannst du noch einen einsteigen. Ah doch. Ah jetzt. Jawoll. Wow. Los geht's. Jetzt geht's los Mann. Wir sind einfach alleine. Ah ne. Unser Kollege ist hier. Aber wir können sogar blinken. Ja. Aber du weißt ja, dass die Karte ist. Vielleicht rechts. Aber jetzt schon, ne? Ja. Die Musik passt jetzt nicht unbedingt dazu. Ne. Überhaupt nicht. Sollte mehr so Action sein. Eigentlich schon. Ist ja wie GTA hier. Boah. Tankstelle muss Gott sei Dank. Dankeschön. Dankeschön. Wir sind gleich da. Schauen wir mal wie das jetzt also aussieht, ne? Boah. Ach da steht die Zeit die wir haben. Zwei Minuten. Boah. Hä? Hä? Ach wir werden da jetzt hin teleportiert. Achso. Oh krass. Sehr nett von dem Gang. Ach oder wurde noch was? Ach wurde gespeichert. So weiter geht's, ne? Lenken die uns jetzt ab von unserem... Na gut. Wenigst kann man es dann sauber weiterspielen, ne? Hm. Boah. Sollen wir es schneller machen, ne? Denkst du die Feuerwehrwagen haben eigentlich viel PS? Ja. Das Gerät sind ja voll. Sie sind ja voll mit Tonnen, Alter. Boah. Oh wow. Können wir die Sirenen? Können wir Sirenen anmachen? Ja. Jawoll. Ja. Verfisst euch. Alle weg hier. He! Wir parken jetzt hier, da hinten ist ja dieser Schlauch, so, schön gepackt, raus, also hier ist ja so ein Schlauch, weißt du, wie schließt man den an? Oh, 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 so, nehmen wir das, den EC-Schlauch, was? Ja, ich muss den wahrscheinlich anschließen, oder? Ja, genau, ja. Ja, man, hier, zack, so, und los geht's! Bam, Alter, weg damit, weg, hier, guck mal, wir gehen sogar ganz nah dran, bam, alles kein Problem hier, was ist los, was ist los? Der Einsatz vor der Folge ist beendet, Alter. Begibt sich auf den kürzesten Weg zurück, der Feuer war ja easy, Alter. Boah, was passiert? Boah, Nächte wäre so weg jetzt, Alter. Bisschen das Auto waschen, kann man auch machen. So, laden, müssen wir wieder abnehmen, ne? Schlauch, tun wir wieder hier schön rein, zack, machen das zu, zack. Ich hab immer noch die scheiß Serien. Boah, die Zeit läuft immer noch, vielleicht musst du auch schnell zurück zur Wache. Achso, das ist es auch. Ja, komm, jetzt machen wir mal die Serien. Blaulich lassen wir mal an. Wir müssen zurück, ne? Boah, schnell. Ich weiß den Weg gar nicht mehr. Ich glaub, das rote unten, ne? Recht war das. Wir crashen kurz den Auto. Komm, ich mach mal hier an. Machen die alle Platz. Ich glaub, einfach jetzt rechts, ne? Ja, der geht auch rechts. Ja, genau. Einfach zurück. Nice. Einsatz. Ordentlich. Verstecken. Oh. Moment, Alter, der Kollege ist ja da. F für Feuer. Ah. Nice. In der Waschhalle. Waschhalle. Okay, wir machen mal Haus hier. Kannst du eigentlich auf dem Schiff schon nachfahren? Nach. Ich glaube, es ist sogar Bremse. Wieso? Der hier, der hat so ein bisschen. Malach. So, jetzt nach links. Wow. Wow. Wir driften ja richtig auf der Wiese, Alter. Ich glaube, immer rot ist unsere Station, ne? Ja, eigentlich nur. Nice. Nice Station. Alles in der Zeit geschafft. Florian 6 an Leitstand, mit dem Fahrzeug frei auf Waffe. Geht das auf? Mach das auf! Auf! Oder muss ich rückwärts? Achso, vielleicht rückwärts. Oder ne, da war unser Wagen eben. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie ich in Rückspiele gucke. Wie geht das? Wir fahren rückwärts. Perfekt geparkt würde ich sagen. Oh, da sind ja fast sogar reingekommen. Okay, jetzt, was soll ich machen? Ich glaube, wieder warten auf neue Aufträge. Denk auch. Erkunde dich mal was. Erstmal ein Getränk holen würde ich sagen. Oder Fahrrad, können wir Fahrrad fahren? Nein, können wir nicht. Oh, guck, das sind genau die, die... Die alten, ne? Ja, man. Kennen wir aus der Kindheit noch heute. Ey, da ist jede Sekunde da, Alter. Was für Erlauben betrifft. Du holst ja immer nur Croissant zu trinken. So. Nix zu tun! Was sagt der uns, Alter? Was sagst du? Junge! Nix zu tun! Guck, was macht der? Der stellt sich hier einfach hin. Schön die Zeit vergehen lassen, was? Zieht der sich jetzt um? Das ist eine Genre. Wir hätten das, glaube ich, hier auch machen müssen. So? Ja, Mann. Tut da, als würde er irgendwas machen. So Getränk haben wir immer noch nicht, leider. Können wir da rein? Nein. Äh, du kannst die Schicht... Ah, du kannst deine Schicht erst um Schichtende um 8 Uhr morgens beenden. Wem, 14 Uhr? Aber dafür geht pro Sekunde ist eine Minute da. Aber wie lange muss der denn? Ach, wei. Das ist krass. 24 Stunden, oder? Das ist echt viel aus wie die Feuerwehr, meiner beiden Freunde. Alter. Ja, ich würde sagen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Dann machen wir auf jeden Fall die nächste Mission. Ist ja immer schon abgespeichert, wie ihr gesehen habt. Dann schreibt doch gerne eure Ideen für weitere Simulatoren oder andere Games in die Kommis. Yes. Und ja, sonst könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram und Snapchat. Einmal hier. Marvin und hier. Calvin Fitti. Podcastler seid immer auf dem neuesten Stand. Yes. Checkt gerne noch unsere Nerd Shop ab. Erster Link in der Beschreibung. Freunde, ihr wisst Bescheid. Gönnt euch da. Schönes. Und noch liebe Grüße an Miri Soso. Fan. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch mal uns gegrüßt wollt, müsst ihr uns einfach mal abonnieren. Direkt daneben auf die Glocke klicken und dann auf aktivieren. Dann kriegt immer noch eine Nachschub, wenn wir ein neues Video gelangen haben. Geiler Zirbel. Hier ist der Schreibtisch. Kommt da. Hashtag Glocke aktiv. Wenn ihr auch seht, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau. Mit ein bisschen Glück bleibt mein Ski-Video ein und grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen. Bis morgen. Ciao.